Meine Fußballfreunde, meine Bitte der friedlichen Fußballfans, der Familie mit Kindern heute im Stadion, verzichten Sie auf das Abbrennen von Külotechnik. Sie wissen, wie gefährlich Külotechnik in Länden im vollbesetzten Zuschauerbereich ist. Also bitte stellen Sie das Abbrennen sofort ein. Vielen Dank. Amen! 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 Meine Freunde, was geht dir schön, als Sie im Stadion unter anderem und schenken Deutsche zu gründen. Meine Freunde, was geht dir schön, als Sie im Stadion, Du neust da!" Vierụ Boca, Vier판, Vier yapıyorsun Sie im Stadion, Herr Rählen zeigt, dass sie hier im Stadion mit ins parlieren können. Applaus Applaus